Hi Leute, das ist das Bewerbungsvideo für Bash Achievements zu seinem Contest. Ich bin der Calvo, bin 15 Jahre alt, wohne in der Schweiz, zocke sehr gern an der PS3 und am PC, spiele gern Fußball und mache viel mit meinen Kollegen. Hauptsächlich mache ich Tutorials, Speed Arts, Unboxings und Reviews. Ich möchte anderen gerne etwas beibringen, zeigen, was ich mir selbst angeeignet habe, die nicht viel Erfahrung in bestimmten Bereichen haben und die unterstützen. Durch die mehr Views, die ich eventuell bekommen werde und Abos, wenn ich von Bash Achievements gepusht werden würde, habe ich somit auch mehr Zuschauer. Und die können mir auch gerne sagen, was sie sehen wollen, was sie Hilfe brauchen bei ihren Problemen. Und ich beantworte auch ihre Fragen sehr gern. Und ja, ihr müsst einfach Fragen stellen oder eure Probleme schildern, weil zur Zeit merke ich, auf meinem Kanal ist gar nichts los. Ich bin auch bereit, bei euren Projekten mitzuhelfen, wenn ich Zeit habe und ich eure Idee gut finde. In der nächsten Zeit werde ich noch vieles lernen, auch freiwillig. Ich mache das alles freiwillig, also das macht ja nicht jeder. Aber ja, ich probiere es dann euch zu zeigen in Form von Tutorials und Speed Arts, was ich so Neues gelernt habe. Und es muss halt auch ein bisschen von euch was kommen, wie zum Beispiel Ideen und auch Kritik. Das war's von meinem Bewerbungsvideo. Ich genieße noch meine zwei restlichen Ferienwochen, bis die Schule wieder anfängt und bis zum nächsten Video.